Willkommen zurück im Studio Z. Wir sind wieder live from the street und sind heute in der Avi-Arena in Nürnberg und hier sind sie zu Hause, die Grizzlies aus Nürnberg und empfangen in der Bundesliga Reilingen-Hockenheim. Ja, Samstagabend, wir schauen da rein, was hier so passiert. Viel Spaß beim Video und ab geht's. Und hier bei mir der Chef, der Veranstalter des Ganzen, der Dino, Dino Servus, schön, dass wir hier sein dürfen. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn heute da los bei euch? Hallo Pico, hallo Zuschauer. Erst einmal herzlich willkommen hier in der Avi-Arena. Bei uns hier die Veranstaltung ist Bundesliga-Ringen. Wir ringen in der ersten Bundesliga und haben heute einen Heimkampf, gehe hier in Rheilingen-Hockenheim. Und was passiert da genau? Das ist eine Riesenaufmachung, wenn man hier reinkommt. Professioneller kann man das fast gar nicht mehr machen. Ja, da sind wir natürlich Vorreiter in Deutschland, was das betrifft. Wir wollen Ringen zum Event machen. Wir wollen natürlich auch viele Leute hierher locken und darum machen wir auch die ganzen Aufbauten wie die Tribünen und die Sponsoren außerdem verteilt, gerade auch wie Avia und so. Und aus dem Grund bauen wir halt Freitagabend auf. Ich sehe gar nichts mehr. So und jetzt freue ich mich ganz besonders hier vor der Avia-Arena treffe ich den Chef von Avia Nürnberg, den Marc Braun. Servus Marc, schön, dass du hier bist. Servus Pico. Marc, heute hier eine Veranstaltung von den Grizzlies Nürnberg. Ihr sponsert diesen Verein. Der Dino ist hier der Chef. Mit dem haben wir vorhin schon das Interview geführt. Und jetzt mal ganz kurz an dich die Frage, wie kam es denn da dazu, dass ihr mit den Grizzlies zusammenkommt? Wir sind seit 90 Jahren hier in der Region verankert und Sportsponsoring war schon immer ein Steckenpferd unserer Firma. Und mit den Grizzlies hier olympische Sportart, Traditionsverein Nürnberg, da haben sie einfach Synergie nachgegeben. Ihr unterstützt ja neben den Grizzlies auch mehrere Sportvereine. Also Avia ist da sehr, sehr sozial unterwegs. Also hilft da ihm, wo ihr helfen könnt. Zum Beispiel auch beim 1. FC Nürnberg. Den zählen wir natürlich jetzt nicht als kleinen Verein. Aber was macht er denn neben den Grizzlies und dem Klub noch? Bei den Nürnberg-Rams sind wir auch schon seit Jahren involviert. Und wir tun in der ganzen Region kleinere Vereine, unterstützen seit Jahren schon. Sport ist einfach eine wichtige Sache und da sind wir dabei. Heute dieser Wettkampf, der jetzt gleich losgeht. Davor habe ich gesehen, hast dich gut gestärkt. Also auch in der Gastronomie hier bei den Grizzlies Nürnberg, die glaube ich die Tochter vom Dino macht. Kann man mal vorbeischauen. Also richtig gutes Essen hier. Was hast du denn da festgestellt? American Barbecue at the best, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal. Hier ist der Christian. Er ist für die Technik zuständig und dann fragen wir jetzt mal... Christian, hast du eine Sekunde? Ja. Servus. Ihr habt hier technisch ganz schön aufgefahren. Braucht man das alles für so eine Veranstaltung? Ja, mittlerweile, um dem Ganzen qualitativ Herr zu werden. Auf jeden Fall, ja. Hier wird ja auch live gestreamt von den Kollegen von Frankenfernsehen. Seid ihr da auch für die Technik verantwortlich oder bringen die Kollegen ihr Zeug alles selber mit? Ne, das geht alles von uns aus. Sprich, wir schicken Frankenfernsehen unser Signal. Mittlerweile in den letzten Jahren haben wir so weit technisch aufgestockt, dass wir dazu eben in der Lage sind. Super, dann wünsche ich einen schönen Abend und danke dir. Danke, kein Problem. Und bei mir der Kollege von Frankenfernsehen, Philipp Waldmann. Philipp, servus. Schön, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Hallo, Pico. Ihr übertragt hier live. Hat der Dino uns gerade verraten und das nicht nur heute, sondern die ganze Saison über. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also für uns, wir haben ja schon eine jahrelange Kooperation mit den Grizzlies und haben uns dann vor der Saison mal zusammengesetzt und haben gesagt, hey, was können wir für den Sport tun? Haben wir gesagt, okay, wir wollen es einfach live ins Fernsehen bringen. Ringen ist ja eine Sportart, die nicht so im Fokus steht und wir haben gesagt, die Grizzlies machen hier einen super Job und wir übertragen jetzt tatsächlich fünf Heimkämpfe live bei uns auf Frankenfernsehen und Frankenplus. Das ist für uns auch eine tolle Sache, eine Live-Sendung. Hier toller Sport wird geboten. Ich glaube, die Verbindung zwischen den Partnern passt hier sehr gut. Wann kann man das, also live natürlich bei euch auf dem Sender sehen, aber gibt es da irgendwie dann auch nochmal so Beiträge, die dann eben nochmal zusammengeschnitten werden, zum Beispiel in der Sportkabine? Oder wo kann man das, wenn man jetzt das live nicht anschauen kann, weil man die Zeit am Samstagabend vielleicht jetzt nicht findet, wo findet man das bei euch dann in der Mediathek oder bei euch bei Frankenfernsehen? Also zuerst würde ich jedem empfehlen, natürlich die Live-Sendung anzuschauen. Immer um 19.15 Uhr geht es bei uns los bei jedem Heimkampf. Natürlich gibt es auch noch einen Nachbericht, der bei uns dann entweder in guten Abend Franken läuft. Wir haben da eine eigene Ringer-Rubrik, wo wir wirklich den Fokus auf die Grizzlies legen. Die läuft dann immer unter der Woche. Wir haben Studiogäste bei uns in der Sportkabine und wollen einfach den Sport, und hier wird wirklich klasse Sport geliefert, einfach dem Publikum näher bringen, dass sie mal sehen, wie es hier abgeht. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, einmal live in der Halle dabei zu sein, dann wird man definitiv ein Ringer-Fan. Dann freuen wir uns heute gemeinsam auf dieses Event. Vielen, vielen Dank Philipp und einen schönen Abend. Sehr gerne. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin das erste Mal in Nürnberg. Aber ich habe sonst schon ein paar Videos gesehen. Die strengen sich auf jeden Fall an. Und dir wird auf jeden Fall einiges angeboten. Wie ist es so, wenn die Onkels bei jedem Wettkampf dabei sind? Wie ist es? Wie kommt es füreinander? Ich freue mich über die Unterstützung auf jeden Fall. Also ich habe nichts dagegen. Ihr seid ja beides Riesentalente, also richtig gute Ringe. Das weiß man. Was steht als nächstes an? Was sind die nächsten Kämpfe für euch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nächste Woche ist es wieder der nächste Bundesligakampf. Und für mich ist es jetzt turniermäßig in drei Wochen die U23-WM in Belgrad. Das heißt, das nächste Haupt-Event, sage ich mal. Da wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Wie schaut es bei dir aus? Für dieses Jahr bin ich durch und ich würde sagen, nächstes Jahr greife ich dann wieder an. Ich habe hier den Arek und den Raphael. Die sind hier aus Berlin extra angereist. Mal fragen, wie es da dazu kommt. Ja, wir haben unseren Neffen dabei. Das ist der Joshua Morodion. Der hat jetzt in der 98-Kilogramm-Klasse gegen den Johannes Mayer gerungen. Und da haben wir uns alle zu den spontanen Mutter, meinem Bruder, sprich auch der andere Onkel, gedacht, wir kommen hier nach Nürnberg her, um einfach mal dieses tolle Event hier zu nutzen. Ist das ein tolles Event? Wie findest du die Veranstaltung? Wie ist es organisiert? Ja, ich glaube, da leite ich mal meinen Bruder weiter. Ich habe nicht so viele Vergleiche, aber es ist einfach super schön, weil es so nah ist. Also du bist ja direkt an den Sportlern dran und das macht schon echt viel Spaß. Arek, erzähl mal ein bisschen. Was macht die Veranstaltung hier? Was gefällt dir hier besonders? Also die Stimmung ist super. Man ist nah dran. Man sieht die Sportler live. Und ich sage mal auch die ganze Organisation vorneweg, die Karten besorgen. Das hat alles super geklappt. Auch das ist wirklich wunderbar hier durch. Auch 3G trifft hier gut zu und mit Maske jetzt für das Interview eben runter. Ansonsten wird hier alles eingehalten. Und die Stimmung ist wirklich sehr gut in der Halle. Es ist eine tolle Stimmung hier. Was nehmt ihr mit nach Berlin? Was lernt ihr in Berlin hier, was wir in Bayern besser machen wie ihr? Kleiner Spaß am Rande. Das gute Essen hier in der Gegend. Und die Organisation funktioniert? Super. Einwandfrei. Also war eine gute Organisation. Definitiv hier. Hier haben wir den Bernd von den Rheinlingen Hockenheim vom Gegner. Und wollen wir mal fragen, wie es ihm hier so gefallen hat. Und wie war es für dich heute? Ja, es war auf jeden Fall ein faires Publikum. Muss ich sagen. Technisch sehr gut ausgebildete Jungs. Ich muss sagen, leider haben wir unser Unterwert verkauft. Aber ich sehe optimistisch, wenn wir in der Rückrunde besser stehen, dass wir das alles noch drehen werden. Also der Optimismus für Rheilingen geht nie aus. Hast du mit einem Sieg gerechnet heute, wie es Herr Kummer bist? Nein, natürlich nicht. Wir wissen schon, wir sind nicht auf der Wurstzube hierher geschwommen. Wir wissen schon, wie der Gegner steht usw. Doch haben wir uns bei Einzelkämpfen mehr ausgerechnet. Da waren wir schon enttäuscht. Dass es so klar ausgegangen ist, haben wir nicht erwartet. Aber wir lassen die Rückrunde noch mal Revue passieren und dann machen wir ein Fazit. Die Organisation, wie habt ihr die so gefunden hier heute? Überragend, muss ich echt sagen. Wir sind geleitet worden mit unseren Pässe für Corona und überhaupt. Also es war eine überragende Atmosphäre, faires Publikum. Es war schön hier zu sein. Bleibt ihr noch in Nürnberg oder geht es wieder direkt nach Hause? Wir trinken jetzt noch das ein oder andere Bier und dann werden wir die Ringe einsammeln, dann fahren wir direkt nach Hause. Das habt ihr euch verdient. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und alles Gute. Vielen Dank. Und jetzt habe ich hier den Rainer am Mikrofon, den Vater von Tim Müller von den Grizzlies Nürnberg. Wie war es denn, den Sohn heute gewinnen zu sehen? Ja, also ich bin immer stolz, wenn er gewinnt. Er macht auch wirklich relativ gute Rundringe dieses Jahr. Ersten Kampf zwar verloren, aber insgesamt fand ich es immer wieder spektakulär, wie er auftritt. Insgesamt, die ganze Mannschaft fand ich überhaupt heute sensationell, muss ich sagen. Das war ein total tolles Event, das hat auch der Gegner gesagt. Auch so die Organisation hier, obwohl es ja eigentlich eine relativ überschaubare Halle ist. Das war so ein richtig geiler Samstagabend, oder? Ja, absolut. Also das Publikum hat dazugehört. Wirklich auch die Gäste-Fans waren sehr fair. Ist ja nicht immer so, aber ich fand schon eine richtig gute Atmosphäre. Also so langsam kommt der Spirit wieder in die Halle, in den Sport. Jetzt auch höchste Zeit. Ich habe mich mit dem Dino unterhalten, mit dem Veranstalter. Der bemängelt immer so ein bisschen, dass hier von der Stadt Nürnberg keine Unterstützung gibt, bezüglich mal einer neuen Arena, die man vielleicht mal bauen könnte. Da fehlt so an der Unterstützung, an der finanziellen Unterstützung von der Stadt Nürnberg. Wie siehst du das? Ja, es kommt immer drauf an. Also ich sage, wenn eine Halle, und die Halle hat schon über Jahrzehnte, glaube ich, seinen Flair. Und von daher finde ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Neue Halle. Man braucht die Fans auch dazu, wenn man die Fans hat. Finde ich es natürlich schon super. Und wenn es dann an der Halle liegt, dass nicht genug Fans kommen können, dann ist es natürlich schon schade. Aber in diesem Fall, die Fans wissen, wo ihre Jungs ringen. Und von daher finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn natürlich mehr Unterstützung von der Stadt kommt, ist es natürlich für den Verein immer besser. Und gerade im Ringkampfsport als Randsportart. Die brauchen dann schon die Unterstützung. Dino denkt da wahrscheinlich eher wirtschaftlich auch so ein bisschen nach vorne. Es sind natürlich auch der ein oder andere Sponsor oder Partner. Wie eben auch Avia, der hier ja mit der Arena hier so tut, was er kann, sage ich mal. Aber glaubt man das, was der Dino sagt? Und ich glaube ihm das natürlich, ist es schon immer sehr, sehr eng, das Ganze dann eben auch zu bewerkstelligen. Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, die Sponsoren fehlen vorne und hinten. Also es ist immer, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Wo geht man hin? Wo geht der Weg hin? Also ich sage, Sponsoren sind das A und O. Wenn die nicht da sind, ist es eigentlich ganz schwer, so etwas am Leben zu erhalten. Die Christleys machen das wirklich vorbildlich, muss ich wirklich sagen. Also die haben da relativ große Sponsorengreif. Wie ich das mitgekriegt habe, mein Sohn trinkt ja auch das erste Jahr. Von daher, glaube ich, die haben das relativ gut aufgezogen und haben das ganz gut in der Hand. An so einem Kampftag wie heute, wenn ein paar Sponsoren da gewesen wären, einfach mal sich das Ganze anzuschauen. Es war auf jeden Fall Werbung für den Sport, oder? Absolut, absolut. Ich finde es auch gut, dass das im Fernsehen übertragen wird. Also es ist ja eigentlich eher selten, dass so ein Randsportart wie Ringen dann doch auch im Fernsehen übertragen wird. Finde ich toll. Also dass es organisiert wurde, finde ich toll. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche alles Gute, vor allem für den Sohnemann auch. Und vielen, vielen Dank für das Interview und schönen Abend noch. Ich danke auch. Der dritte Kampf da gegen Reilingen-Hockenheim ist beendet. Die Grizzlies gehen als Sieger von der Matte. Wie kam es für dich? Wie war der Tag heute für dich, Dino? Ja, natürlich sensationell mit dem Sieg. Der war total wichtig auf dem Weg in die Playoff. Und jetzt haben wir vier, zwei Punkte. Reilingen, ja, hat das Nachsehen gehabt. Aber die waren total auf Augenhöhe bis die letzten drei Kämpfe. Und man muss sagen, das war Werbung für den Ringsport. Eine unfassbar tolle Stimmung in der Avia Arena. Ist das bei euch immer so geil? Ja, bei uns ist die Stimmung immer so. Wir haben einen richtigen Hexenkessel hier. Wäre Corona, wäre die Halle Bomben voll gewesen, dann hätte sie gewackelt. Aber so sind wir auch zufrieden. Vor allem halt mit dem Sieg hier. Und die Zuschauer können auch gerne mal hierher kommen in die Avia Arena. Wer ist der nächste Gegner hier? Genau, am 30.10. empfangen wir hier Lichtenfels. Und Lichtenfels ist mit Burghausen dann die vierte Mannschaft, wo die Plätze 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich ausmachen werden in der Runde. Du sagst Hexenkessel, nichts gegen die Arena hier. Aber da geht doch einiges mehr. Also wenn man jetzt mal so schaut, der 1. FC Nürnberg war jetzt seit 15 Jahren auf einem neues Fußballstadion. Da ist die Stadt schläfrig bis zum Gehtnichtmehr. Da gibt es keine Unterstützung. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Ja, ich will seit sieben Jahren bauen. Hier irgendwo in der Nähe einen Bauplatz zu kriegen von der Stadt Nürnberg, hatten wir keine Chance. Jetzt wird Luftlinie 20 Meter, 30 Meter von hier in die Halle gebaut. Auf dem Nachbarverein sein Grundstück. Die wollten auch wir bauen. Aber die Stadt Nürnberg sagt nein, wir kriegen keine Versammlungsstätte. Und damit können wir auch keine Ringkämpfe zu Hause austragen in unserer eigenen Halle. Und von dem her ist das für uns uninteressant. Ich habe mich heute während des Kampfes mit dem Marc Braun von AWI unterhalten. Der war super begeistert auch von dem Abend heute. Und das könnte ja auch ein Weg sein, dass man Sponsoren und Investoren findet, die diesen Sport unterstützen wollen. Und dann vielleicht gemeinsam eine eigene, bessere, eine neue Arena baut. Ja genau. Wer jeder, der da zuschaut und Sponsor werden möchte oder von uns einmal Gönner sein möchte, der soll einfach vorbeikommen hier in die AWI Arena und so einmal zuschauen. Wir führen gerne Gespräche. Das wäre natürlich sensationell, wenn sich da der eine oder andere finden würde. Und uns dann auch auf dem Weg über die Stadt Nürnberg mit einem Grundstück dann die Halle zu realisieren. Du bist ein Wadenbeißer. Du wirst dranbleiben. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Es war ein geiler Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir dabei sein durften. Und ja, feiert schön. Ja, ich sage auch noch einen schönen Abend und danke, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr wart das letzte Mal hier. Schönen Abend und ciao. Danke dir. Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.